Heyo Leute! Willkommen zurück zu... Da hab ich schon wieder vergessen. Planet to the Savage Planet, genau. Journey to the Savage Planet. Sag ich doch. Wie ich im letzten paar gesagt hab, ich hab Tomaten gesehen. Oh, ein Plobbel! Levelaufstieg! Zieh's dir rein damit, zieh's dir rein! Steck dir alles in deinen Mund! Der spontane Hunger auf Menschenfleisch ist normal, oder? Ja, ja. Habe ich auch. Deswegen esse ich dich auch manchmal. Und er schafft dich dann neu. Du kriegst nur nicht mit, weil du dabei mal schläft. Ah, ok, ok, ok. Oh, der sieht cool aus. Kann man ja was scannen? Flopel! Schnapp ich dir! Zieh dir... Zieh dir... Zieh dir rein! Steck in den Mund! Nimm in den Mund! Nimm in den Mund! Nimm in den Mund! Nimm in den Mund! Yeah! Genau so, kenne ich dich. Du musst doch nicht weinen, Domi! Netflix! Are you still watching? Someone's da oder... Nooooot! 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 Die Leute tun fast, als hätten Menschen Netflix nöder mit sie mit irgendwelchen... Ah, so, das... Red? Ich habe ja unten noch einen Weg übersehen, oder? Und definitiv noch einen Weg übersehen. Dann gehen wir jetzt runter, weil oben geht's weiter. Was weißt du, weil? Sieht aus, sieht so aus, als ob's da weitergeht. Lass uns noch mal runtergehen, dann... Wie kommst du drauf? Ich weiß nicht. Sieht so aus, als ob's da weitergeht. Okay, wo war jetzt der andere Weg? Da, oder? Ja, da. Danke! Ey, sind die neu? Haben wir die schon, äh... Gescannt? Mit dem Ding? Nein. Ey, ja. Das war noch... Domino, nice, 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 nice. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Danke, danke. Du weißt doch, ich bin perfekt. Wie, 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 wie ein Moni? Hier ist nichts. Wie ein Gemälde von... Was heißt hier? Warum... Warum bin ich hier hingegangen? Ich glaube, damit du dein, äh... Zeug in der Leiste aufführen konntest. Welches Zeug in der Leiste? Ja, dein... Ekelhaften Werkzeug. Meinst du diese komischen Glibber? Ja. Die... Die sind immer in solchen Rosenstecken, die von den Decken hängen. Da, die da oben sind. Soll ich... Äh... Alien? Truhe? Okay, jetzt wird's ernst. Oh, Domi. Wo ist denn der Item von den Decken? Das ist genau zu melden. Oh. Verpackt! Oh. Das ist cool, sie vasen. Das war... Das war, thoughy. Das war die äh... das war... Das war die aquare ein bisschen peinlich ja da oben ist die schlüssel ja die hätte ich auch gesehen und dann habe ich das kennt wer sagt immer wirklich gern mal zeug am zweiten gefunden du ist ein dritter welcher bilden noch der kreis mann und alien legierung also was ist nur die legion wo sind wir gekommen da drin warst du schon oder ich dachte können wir ja gekommen wir müssen nicht hoch wie ich kann das nicht werfen Ganz viel Silizium. Willst du bitte aufhören? Wir müssen übersetzt gerade eigentlich das Ziel. Ich merke, dass ich eher drücken muss beim Aufladen. Wirklich. Was sagst du denn? Ich liebe sie. Mördi. 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 Was müssen wir machen? Wir finden den Weg zum Fuß des Turms. Wir können aber erstmal zurück zum Schiff gehen und uns einen Upgrade holen. Lagt nicht noch einen Plan. Oh Gott. Ich bin nicht geschafft. Kabumm. Oh. Gernal zu. Oh. Oh. Ja. Unter den Symbolen beim Tieren. Das sind Sachen die man äh. Ich weiß nicht. Äh. Was auch immer. Hütte ist mit Feuer. Ja. 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 Gegenstände. 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 Da. Lila Dinger. Das ist eine Quest eigentlich. Du musst ein Element finden. So wie gerade eben dieses Teil, dass wir den äh. Grave. 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 Wollen wir eigentlich hin? Da. Da wo die Quest anzeigen sind, oder? Wir wollen das Tüte aus dem Feuer, oder? Ja. Und natürlich, hier geht's weiter. Gotti. Ja. An der einen Stelle, da gibt's hier Tüte mit Feuer. Was? Wo? Neh. Hier irgendwo muss es sein. Ja, gelb, oder? Ist es gelb? Ne, lila. Eigentlich. Aber hier ist es nicht lila. Können einfach weitergehen. Oh, wir müssen es auswählen. Was? Wie? Jetzt ist es gelb. Nein, wie? Jetzt ist es gelb, das ist richtig. Wir müssen trotzdem da hoch. Suche und extrahiere die erforderliche Probe. Was ist weiter? Ah. Ich bin auch mit dem Ding nicht auf den Sack, ey. Okay. Oh, ihr es gefunden! Was haben wir gefunden? Kennt's ihm! Ich nehme es mit, okay? Oder wirst du es sehen? No, nice, Tommy, nice, Tommy, nice! Da. Hey, was wirst du? Was wirst du? Was wirst du? Na auf, ja? Na auf, lieber weg! Meine Handkarte ist schon ausgeholt. Ich finde es schön, wie du mit einer Rückhand schlagen kannst. Ja, ich auch. So, Bugs Benz, äh, Bugs Benz, ne? Bud Spencer-Style. Äh, fand ich, ich habe noch nie einen Bud Spencer-Film gesehen. Nö, ich schon. Ich habe ein, äh, letztens wurde mir ein bisschen, äh, aus dem Bud Spencer-Film, äh, vorgeschlagen auf YouTube. Kloppel! Und ich fand's echt gut. Ich kenne ein bisschen aus dem Bud Spencer-Film, die wurde mir auf YouTube vorgeschlagen. Fand sie echt gut. Ich finde, es wäre eigentlich ganz cool. Das ist natürlich auch so dämlich, aber, aber es sind, es sind auch so dämlich, weil, ne, ja, Bugs Benz, verprügelt halt alle, mit roher Gewalt. Was unterhaltsam ist, aber man sollte sich ernst nehmen. Jetzt weiß ich, wo diese Greifhaken funktionieren. Oh, da ist es. Du musst sie dranwerfen. Was bist du eigentlich unterwegs? Was labert die, was labert die die ganze Zeit? Wo soll ich das wissen? Da hinten ist er. Wer nicht wertvolle Flubbel sammelt? Ach so! Er versucht zu cheezen, oder was? Oder hast du da auch was hingeworfen? Oh. Au. Genau. Ich hab gesagt mir nicht, dass du da dran gekommen bist, dann das andere da drin. Nein. Ich versuche zu cheezen. Ich mag ja kein Käse. Außer Gouda. Und das ist doch ein Weichkäse. Bist du da hochgekommen? Oh. Bist du da hochgekommen? Weil ich kein Ding werfen wollte. Ich muss das auch nicht machen. Wirst du den Portal? Nein. Den Portal? Nein. Tu es oder ich schieß! Warum ist gerade alles in Zeitlupe über mir? Weiß ich nicht. Das ist länges Zeitlupe oder ist es? Nein. Nein. Ich bin nur fast tot. Okay, okay. Ausgründen. Neuigkeiten? Hier ist der Reporter. Neu Gegner. Ja, toll. Halt mich der Reporter. Nein, aber wenn du zum Schiff gehst. Oh mein Schiff. Ich komm zurück. Geil. Oh. How did I do? Loot! Loot! Oh Gott! Ich höre gerade ein, die mit den Steinköpfen. Kann man die vielleicht scannen? Also nicht scannen, sondern mit dem Ding da halt. Nö. Uuh, okay, okay, okay. Ähm. Ist mir jemals aufgefallen, dass jetzt noch nicht so Ploppels da ist, dass da Haare mit drin sind? Ja, klar, natürlich. Was? Achtmal drauf, ist so ekelhaft. Es ist wie so... Hodensackhaare. So sehen die aus. Komm her, wir brauchen eine Bombe. Hier, und zwar jetzt. Ja, das wird einfacher als erwartet. Oh. Verdammte Scheiße, wieso wirft der nicht? Wirklich, dahin? Oh, der ist schon geholt. Alter, guck uns unsere Ausdauer an, Domi. Kann ich die Steintypen rumschleudern? Fliege und sieg. Fliege und sieg. Weißt du, was du vorhörst, wenn du ein Steintypen bist? Hm? Ich geh nicht kaputt. Hey, Domi, fang! Ey, fang für dich! Muss ich schon Mühe geben beim Treffen? Warst du so ein Ball weggeschmissen? Ja, ist runtergefallen. No. Aber ich habe hier was, was da in der Laune vielleicht heben könnte. Uh, gut. Und ich habe hier was mein... Oh, komm mal hoch, komm mal hoch. Nimm das Ding mit und achte mal auf, das, was in der Hand ist. Oh, das ist Hagen und Dorn. Es ist so eklend. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und du isst das auch noch. Also wirklich habe ich nachgedacht. Ich glaube, wir sollen hier nicht komplett hochklettern, ob das ein Fumschmuss. Ja, das dachte ich mir auch. Aber genau deswegen mache ich es. Okay, okay, und wo... mein gott ist das cool was die aussicht für mich hoch die aussicht in erster linie würde ich wirklich herunterfallen hatte 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 oder auf hatte guck mal wie cool das ist was ich nehme das gerade auf wie nimmst du es auf wir sind geschmissen wieso cool ist ich habe nicht geguckt ob es aufnimmt sehr gut für die sehr gut wenn du möchtest kannst du dann auch in deinem video reinschneiden aber ich kann auch selbst so schnell hoch klären aber jetzt ist extra aufgenommen nur für dich würde ich im problem weiß ich was weitergeht kommt zu mir warum ist ein greifhaken ding ich will aber so ein ding werfen warum ist er da damit du gleich von unten hochkommt vielleicht die dinge cool oder warte genau so oh 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 Tommy ich habe erinnerungen an diese stelle was was ich weiß nicht du kannst ja deck worauf wir schießen müssen oder ähm ja weil ich den ganzen arbeit allein ja weil es nicht runtergeschubst haben ach so der zweite geschubst er zielt auf dich das ist doch kein problem ja das ist gut dann schieße ich auf ihn wir sollten ihn vielleicht scannen doch zu leben was ich habe nur zwei leben das heißt ich sollte nicht auf die schießen jetzt nicht aber ich habe noch eins aber da musst du in meinen Schuss reinlaufen warte mal dann machst du sowas wieso bist du eigentlich einfach ausgewichen ich bin runtergelaufen bin dann gerade da hoch und dann hat es mir geschickt das ist nett wir müssen zurück zum schiff gleich aber da geht es so weiter weil egal geht es weiter nein da oben Dominik kommt zurück da oben geht es definitiv weiter hier ist ein portal kein klar ja bist du bist du du bist du du bist du du bist du nicht denke du 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 ich ich glaube ich bin sie zum schiff oder ich weiß es nicht oder schon weil du mich mit das ist nicht das schiff bis zurück jetzt gehen wir zum schiff okay 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 erstens dabei wir können das gucken ein komischer typ mit halb platze von der firma der voll vertrauenswürdig wirkt gerne wegen den 2-malen Dinge okay er war andere kennen wir nicht so kannst du denke ich jetzt aber machen dann leute oh mein gott hier hängen mehr dinge floor is lava greetings tower entrance der planet klingt nach unserem fest ok was machst du doch ok dann dann bist du schon bis zum nächsten part wenn sich gefallen hat gibt ein abo und ciao tschüss